In this life Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary von mir Und ja bevor ich hier am Anfang über das Thema, über das eigentlich Thema von dem Commentary zu reden Zeige ich erstmal was zum Hintergrund und zwar läuft im Hintergrund ein MV3 Gameplay von mir Auf dem PC erspielt und ja auf der Karte Dome in Sprengkommando ist der Modi Genau mit der CM901 heißt sie glaube ich irgendwie sowas Und ja mit was habe ich da drauf keine Ahnung auf jeden Fall Rotpunkt ist hier und noch irgendwas Ne bloß Rotpunkt ist hier Wer weiß ich gerade gar nicht echt Auf jeden Fall Rotpunkt ist hier Dann Streaks habe ich Drohne, Vorräte und Geschütz habe ich da noch Ja ist auch schon ein bisschen älteres Gameplay Und ja dazu ja also zum Gameplay und genau was mir gerade noch einfällt zum Gameplay Nämlich das läuft nicht ganz das Gameplay weil ich habe glaube ich eine Runde gespielt Dann in der zweiten Runde so glaube ich bei der Hälfte irgendwann keine Ahnung Hat es auf einmal angefangen zu hängen Ja und so ist MV3 irgendwie einfach hängen geblieben Und ja deswegen habe ich halt bloß bis dahin halt wo es dann hängt aufgenommen Oder hat es halt auch bloß bis dahin aufgenommen Und ja bis dahin seht ihr es halt jetzt auch bloß und Aber irgendwie auch passend für das Thema heute nämlich Weil es sowieso nicht so lange geht und ich da nicht so viel labern kann Deshalb passt es irgendwie auch rein aber naja egal Auf jeden Fall jetzt zum Thema, zum eigentlichen Thema und zwar Jo ähm ich habe hier bald wieder 300 Abonnenten erreicht Und jo diesmal werde ich es pünktlich jetzt sagen Also nicht so kurzfristig Dass ihr auch mal ein bisschen mehr Zeit habt und so Und zwar habe ich jetzt dann 300 Abonnenten erreicht Und ja werde diesmal im 300 Abonnenten Special Auch wieder ein Giveaway machen Aber diesmal von einem Outro Also kein Intro, Outro Und brauchen glaube ich von euch auch ein paar Weil auch manche gefragt haben warum die ein Outro kriegen oder so Mache ich diesmal ein Outro Giveaway Und jo also alles was ihr dann tun müsst einfach Bei dem Video dann wo ich dann hochladen werde Ja werdet ihr auch sehen natürlich im Titel dann 300 Abonnenten Special so Outro Giveaway würde ich das irgendwie so nennen Und ja was ihr dann tun müsst einfach in die Kommentare schreiben Dass ihr das Outro wollt und so Und dann werde ich das halt irgendwie so Keine Ahnung irgendwie auslosen und so Werde ich dann natürlich auch ein Video dann dazu machen Wer dann gewinnt und so Und ja auf jeden Fall Wird es dann dieses Mal so ablaufen Dass ihr euch jetzt schon mal ein bisschen vorbereiten könnt Naja vorbereiten muss man sich eigentlich nicht Einfach nur halt in die Kommentare Ja reinschreiben und kommentieren Und ja also auf jeden Fall Einmal kommentieren reicht Also wer öfters kommentiert kann ja gerne machen Aber es bringt nicht mehr Und ja Es ist eigentlich alles so zum 300 Abos Special dann Wo dann Dann kommen wird wenn ich 300 Abos habe Und ja das andere Thema Wie ihr es vielleicht auch schon seht im Intro Und vielleicht auch schon auf dem Kanal gesehen habt Habe ich meinen Namen geändert Tja mein alter Name Hat mir nicht mehr so gefallen Aber ja Gut hatte halt irgendwie Bock auf einen neuen Namen Und der Name ist eigentlich auch ganz geil und so Und ja den Namen werde ich jetzt natürlich behalten Hoffentlich die ganze Zeit Also den werde ich jetzt glaube ich schon behalten Und ja Das wäre es eigentlich auch so zu dem Und würde eigentlich Dann schon sagen Das wäre es eigentlich auch schon ja Ich habe eigentlich so ein Schlicks bei so zu sagen Auf jeden Fall Werde ich Genau was ich noch sagen könnte Werde ich jetzt auch Also kein Let's Plays und sowas machen Aber ich werde in Games zocken Und dann halt so ein Best Of In dem Game halt dann machen Und das halt dann immer so uploaden Dass ich Dass ihr ja Da auch sowas Habt Nicht nur Commentaries und sowas Das ist auch ein bisschen über Spiele und so Halt auch was witziges und so Und auf jeden Fall Aber halt auch kein Let's Plays Weil die dann zu lang sind Und manches ja dann Auch bei den Let's Plays Nicht so geil ist Denn manche Stellen auch langweilig sind Dann Habe ich mir gedacht Mache ich lieber so ein Best Of Wo dann halt die witzigsten Sachen und so Drin sind weil da Ja Sind halt die witzigsten Sachen dabei Und das ist dann eigentlich auch besser Wie bei so einem Let's Play Wo dann Vielleicht für bloß paar Momente Gut sind halt Und halt dann Der Rest nicht dann langweilt Man sich meistens auch Deshalb Habe ich mir gedacht So ein Best Of Werde ich dann machen Und da werde ich dann auch Ich glaube die Woche noch anfangen Und vielleicht eins hochladen Muss ich noch schauen Und jo Das wäre es eigentlich dann auch So viel dazu Und dann würde ich sagen Also ja Leute Haut's da rein Bis dann noch einen schönen Tag Jetzt ist ja glaube für Nicht glaube nicht für alle Aber für ziemlich alle Jetzt ja Sehr langes verlängertes Wochenende Heute und morgen Ist ja für die meisten frei Und jo Dann wünsche ich euch dann Noch ein schönes verlängertes Wochenende Für die wo es nicht haben Trotzdem noch Einen schönen Tag Und ja Eine schöne Woche Und dann Jo Leute Haut's da rein Bis dann Tschüss Bis dann